es ist einfach aber nicht das hinkriege frage ich selber ob er es macht brust gabi endlich beppo alles mit der zeit jana ist arbeiten die war vorhin da mit meinem schönen burger kingskin kommt für marcel machen besuchen und zerstören rein gesuchte und gestörte ja ich nehme das halt raus wenn zahl war da ist und wenn er nicht da ist mache ich ja ja man spielt jetzt in den nächsten tagen wieder mit mir vielleicht können wir streamen ich muss gucken er hat die besten lobbies ja die allerbesten lobbies hat sie brechen wir noch mal ab und so mal neu das zahl war bestimmt noch da ist sie ja was man für das top fall of duty laufen die runden wie laufen die planungen wir haben erst angefangen fortnite hat uns rausgeschmissen weil es nicht mehr funktioniert hat da bin ich rausgegangen habe neustart gemacht 50 minuten warteschlange ich esse ein panini gabi hier ja wir sind am stream gabi hört dich ich hab dir auch geschrieben gabi salva ist da ich bin kein luxemburger also es kommt marcel wieder mit seinen ultraskin ja es geht es gäbe salva gabi schreibt halbogen mein lieblings italiener hoffe dir geht es gut wo war der das hast du nicht gehört gabi ich lese das jetzt nicht alles vor gabi okay selbst lesen ich habe gar nichts gesagt ich habe im auge da liegt auch die bombe willst du mitspielen ich bin ich wieder der letzte alles klar ich will auch da folgen du regelst das legt die weg marcel das ist die ninja nehmen kann direkt hinter ihnen schlägen und sie entschärft marcel ist so eine maschine aber nur da hi gabi Er ist im Flugzeug, er ist im, 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 im Flugzeug, er ist im, 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 Flugzeug, er war sicher ein Fußballmatch ansehen, heute. Warum ist Marcel tot? Was soll das? Der Florent, der regelt das. War ein gutes Spiel, das freut mich. Ja! Was, wie bitte, Schatz? Das geht nur zu drück, ja. Das geht nur zu drück, ja. Mensch, hat der Glück. Okay. Der Glück ist verstanden! Ja! Was challenged er, äh, auch ihn? Ich kann dir sagen, Gabi, wenn jetzt nochmal Last Christmas oder Maria Carrie kommt, dann, mache ich das aus. Weil ich glaube, dann fange ich an zu weinen. Nein, dann erwische ich den einen! Ich hab ihn, Beppo! Ich hab ihn! Und da liegt er auf dem Boden wie seine... Wie nix! Marcel tut? Marcel, da liegt einer im Flugzeug auf dem Boden! Jetzt gehen sie an die Bombe! Boah, Bibi, das sagt mir, dass du in jedem einer Streams hängst! Die Runde ging verloren! Oh, nee, Alter! Wir schaffen das! Und dann kommen, neues Kind zu haben! Kabila, der Prinzessin! Fehl, du kannst mir mal eine Socke lutschen! Einer ist bei uns auf Karl! Einer ist Christmas, Gabi! Hey, ich hab ihn noch gesehen im Gebäude! Ja, der Sauti! Ja! Ich schmelde den jetzt! Sagen, nee, ich bin alleine! Oh, der sitzt da auf dem... Was?! Entschuldigung! Ich musste die Kamera ein bisschen drehen. Hm. Ja, ich kann dir noch was tolles zeigen. Hier! Wow! Entschuldigung! Such da und die Stärke! Na? Bleibst du sitzen! Ich bin jetzt abgelenkt, weil der Hund auf mir sitzt! Nee! Knuff! Schuld! Du lenkst ab! Knuff! 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 Nein! Dein Hund ist nicht süßer! Knuff! Knuff! Guck dir den an! Guck dir den an! Guck ihn dir an! Er sieht gerade ein bisschen schockiert aus, aber er sieht süßer aus in Real Life! Der Sweetie Ball Snack! Na? In Real Life siehst du süßer aus! Schaut euch auf die nächste vor! Sie will nix sagen! Äh boh, hast du schon die neue LMG ausprobiert? Nö! Die ist eh geladen! Die Ladungen am Ziel platzieren und ist zerstörend! Wie soll ich das denn beweisen? Beppo hat den schon mal in Real Life gesehen! Einer ist bei uns im Spawn! Sie haben ihn in Real Life gesehen! Und Salva hat ihn in Real Life gesehen! Ja, ich hab... Jaaaain Ich bin so scheiße im Suchen und Zerstören. Ich weiß, jetzt pieke ich und dann bin ich weg. Ihr könnt sagen, was du willst. Der Hund ist süß. Wieso kein Twixshot, weil ich nicht mal weiß, was ein Twixshot ist? Ich hasse dieses Schmutzgehen. Ach Quatsch. Meiner ist süßer. Quatsch. Oh Gott, jetzt ist dieses Lüge wieder. Nein, von ihrem Gebäude. Ich habe noch einen Labrador, Gabi. Der ist noch zehnmal süße. Der ist verfressen. Hey, du kennst Easy nicht, also bitte. Der isst Cheeseburger. Sie, sie isst ein Sie. Also, wenn er die Cheeseburger auf den Boden stellt, ist es normal, dass sie sie isst, ne? Man soll kein Essen vom Boden essen. Willst du das? Okay, pass auf dich auf, Gabi. Sag mir auch Bescheid, bitte. Hast du das auch Salva gefragt, Phil, oder? Okay. Ich würde das an deiner Stelle mal mit Salva klären. Wir gewinnen das. Ich wüsste, ich hasse Zukunftszerstürme. Bippo, wo? Bippo, er ist vor dir. Das war mehr Glück als Verstand. Boah, Alter, ich... Oh, Alter, ich... Gut, Beppo, gut gespielt. Gut, concentration. Wir gewinnen das. Perimeter und die Ziele errichten. Die Zeit nicht durchlassen. Wir haben diese Runde gewonnen. Easy. Oh, eine Rette in unseren Spawn. Ich hab den auch. Ach, der. Das stehen welche bei... Ah, wo soll ich platzieren? Nein, 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 nein. Okay, ich platzieren irgendwo. Ich geh nach Hause. Oh, Beppo, macht das alleine. Links hinten, da, wo du hingehst, ist einer. Was? Ich hab doch... Er steht da und guckt. Ich finde, Marcel, du hattest müsstest nicht mehr Augen streiten. Ich war abgelenkt, weil Knuff stand hier und hat die Lichter angeguckt. Ich dachte mir so, was geht denn jetzt ab? Er ist wie eine Katze, er springt die Lichter ab. Das Tal war noch da? Ja, ja. Spielst du mit? Ja, komm, das rein. Ich nehm den ins Raus, okay? Ne, kannst du doch auch bringen lassen, egal. Ne, das nervt mich. Verstehe ich gar nicht, ey. Beppo-Regel, der ist pro Player. Reden wir von demselben Beppo? Ich hatte gerade 17 Kills, also... Der hat gegammelt in der Ecke. Ja, also Marcel ist ein Ultra-Ultra-Camper. Wir haben uns alle gesehen, wie er da im Flugzeug klagt. Ja, das ist von Marcel. Ja, das ist klar. Was war Marcel? Mit Frotflinte. Wird ja noch schlimmer. Mit Brand-Munition. Zahnbar regelt auch, der ist bei Phase-Atlanta, okay. Ach, Stellung, alles um Müll. Ich regle das. Warum glaubt niemand an mich? Warum glaubt hier mal jeder an euch und an mich glaubt niemand. Das ist in Ordnung. Ach, Knuff glaubt an dich. Jetzt kommt schon wieder Last Christmas. Ne, ich hab keinen Bock, morgen werde ich 100 pro wieder Weihnachtsmusik hören. Ich auch. Aber ich hab meine Kopfhörer. Aber für Weihn... Für, für, ähm... Nikolaus, ah, da bekommen wir immer so geile Sachen auf der Arbeit, man. Richtig fett, was zu essen. Wieso kommt der Nikolaus bei euch? Ihr habt nicht mal Kinder bei euch rumlaufen. Ne, da sind, ähm... Es sind so... Doch, es sind so kleine Kinder. Wir haben die, ähm... Den Kindergarten bei uns. Wir haben Kinder für... Also wir haben... Ne, ne, wir haben für die Arbeiter bei uns Kindergarten. Und die Kleinen kommen dann, ähm... Ja, gehen dann rum und... Das ist echt süß. Ich wollte letztes Jahr ein Kind klauen, aber ich dachte, mir fällt ein bisschen auf. Wenn ich das so mit nach Hause nehmen, weißt du, so meins. Du, Kämpfer. Was ist jetzt bei mir Arbeit, Mann? Ich schwitze die schon wieder. Ja, genau. Ich camp in der Zone, okay? Oh mein Gott. Digga, verpitzelt! Marcel hinter dir snipet irgendwo jemand. Von oben. Und er stirbt nicht. Ich stehe hier richtig gut. Ich stehe hier richtig gut. Ich hab nicht einen Schritt weggegangen. Krasses Gameplay. Ich stehe super. Halt's auf! 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 Jetzt bin ich getroffen! Nee, wie, der hat mich erwischt. War das besseres Gameplay, Phil. Jetzt habe ich Bibi fest erschossen. Nee, Bibi werde ich erschossen. Ich habe gar nichts gemacht. Es könnte, es könnte daran liegen, Beppo, dass du anders aussiehst. Marcel läuft hier mit einem schwarzen Skin rum. Bibi läuft mit dem Schild rum. Guck ihn an, mit seiner Interstellar Stellung wurde rein, was sichern. Beppo rechts von dir. Maschallah, du sagst es, Phil. Zahl war es abgehoben, das wissen wir doch alle. Was geiert der denn da hinten? Ah, ich den treffe. Hat sich verändert. Alle sagen, das macht Quatsch. Hat er mich nicht gesehen, nicht jetzt? Oh mein Gott, ich hatte echt Glück jetzt. Ja, da steht jemand. Zielgebiet aktualisiert. Zur Stellung begeben. Nein. Da steht immer noch so. ig. Ja, ich bin echt auch knapp. Ich bin wirklich ekelhaft. ich krieg dir nicht weg da hinten kann ja nicht sein muss ich jetzt echt kämpfen ich bin zu müde noch das neigt jemand von da ist also ich mache dann werde ich in den rücken geschossen was für reflexe haben die bitte wir haben zwar auch ein paar bescheuerte maids die uns abknallen anstatt die anderen einer sitzt direkt im cockpit steckst du hier hinter mir willst du was trinken soll ich dir ins gesicht schlagen ich hab ihm jetzt auf den rücken schlagen ich hab ihm jetzt auf die schulter geklappt mach diesen heli weg so werde ich dann vom heli abgeschossen ich schieße nicht mal ob ich ich glaube du standst bei mir ich bin zu müde ich bin zu müde man ich bin zu kotzen die map die ist halt auch für den arsch die hälfte der missionszeit ist vorbei halte die führung ja der schlägt mich also ist bleibt jemand von rechts irgendjemand muss den weg machen ich habe ihn selbst weg gemacht alles 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 auch all Ich hab ein bisschen eingespielt meinst, hab irgendwie auch keinen Bock mehr. Das schaffen wir eh nicht mehr. Geh weg da. Mann, ich hatte ihn! Oh, da schimmelt er, schimmelt er in den Kissen. Verbündete Drohne Onze. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Auf ihn. Einfach mit dem Launcher rein. Ich hab keinen Bock mehr auf Weihnachtsmusik. Das reicht nach zwei Stunden. Nach Ostermusik. Ja. 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 Okay, ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich die Spawn trappe, doch aber ich mach das. Ich weiß nicht, was mit mir los ist, Leute, ehrlich. Vielleicht sind die Lobbys zu schwer, finde ich. Das ist schon ein Scherz, ne, also. Ja, das ist quasi. Oh, Mann, der weiß jetzt, wo ich sitze. Ich treffe auch nur so viel, weil ich sie wirklich spawn schaffe, ne? Nein, du Geier. Und dann nimmt er mich schon wieder. Ja, ich hab's verstanden. Ich treffe wirklich nix, Mann, nix. Nee, wieso schießt du da nicht? Ich bin so ne Ratte. Meine. Wolltest du gerade auf mich schießen, Beppo? Nee. Das eklige Lächeln im Gesicht. Ja, ich bin so. Das ist richtig. Auch. Wirklich? Nur bin ich endlich. Oder bin ich die Bundeswehr? Oder? Und du? Oder? Ja, ich bin ja ganz so. Oh Gott, das ist Beppo. Stellung kompromisiert, den Bereich sichern. Verwündetes Ruhe im Alter. Oh Gott. Wieso treffe ich ihn denn nicht? Danke für den Follow. Entschuldigung, ich habe mich jetzt übelst erschreckt. Ich habe mich einen Moment echt gut gefühlt, weil ich mehr Kills als Bibi hatte. Jetzt hat er das Doppelte von mir, jetzt fühle ich mich wieder scheiße. Ja, mein Glück hat, meine Freude hat nicht lange gehalten. Ja, er kommt rausgeflogen wie Superman. Ich weiß nicht, was mit mir los ist, ohne Spaß. Ich bin auch mit dem scheiß neuen LMG. Zu einfach der Müde. Links bestanden. Ach man, ich war doch drauf. Genau. Ich kotze. Stellung kompromittiert, den Bereich sichern. Halt's up! Ich nehm mich über die halbe Map. Jetzt reicht's mir. Und er kriegt Hitmarker. Ich sterbe. Und er kriegt Hitmarker. Ich sterbe. Des werовой. Ich sterbe. Ja. Nicht, ich bin nicht genau das. Ich mache mich nicht ganz. Ich hole mich nicht hier. Du kannst mich da machen. Ich mache meine Summen, dass ich nicht so schlecht. Ich weiß nicht was mit mir los ist. Macht so keinen Spaß. Definitiv nicht. Ja, die nehmen uns ein, ne? Der Camper! Schießt meine Waffe nicht mehr oder was? Ja, ich schiess auf ihn und ich sterbe. Der liegt da oben. Diga, mit ner Piste schießt der oder was? Ja, ganz schön. Ich hab keinen Bauch mehr. Nicht. Die Stellung wird verlegt. Bereithalten. Wir werden schwer getroffen. Was machen wir verloren? Ja, die, die Camper nennen es nur noch ab. Ja. Mach's dir mal an, ne? Ich komm dir mal raus aus den beschissenen Scheiß-Bong. Hm. Kann doch nicht sein. Mindestens 40 mal gestorben. Wo liegt der da uns ständig da abspawnt oben? Ich bin nichts mehr gelobt. Boah. Wenn du jetzt um zu versteckst. Ich bin mal aus. Kann doch nicht sein. Wie bin ich? Wir los nehmen dich vor. Wenn du nein, w morgens dauern wird. So ekelhafte Camper einfach nur. Wie kann man so spielen? Hurensöhne, Hurensöhne. Echt, wenn ihr so spielt, Mann. Ich darf niemanden beleidigen, ich bin am Stream. Ich bin nicht böse, aber ich hab keinen Bock mal zu spielen. Okay. Das sind solche Kinder, die nie geliebt wurden von ihren Eltern. Ist so. Ich bin schon tot müde, weil ich daran denke, dass ich morgens arbeite. Denk nicht dran. Ich gehe zur Arbeit, ich spreche mir einfach deinen Fuß. Kannst du mir ihn auch brechen? Camper, schmeiß dich die Treppe runter. Ich hab ihn erst schon gefragt, er hat nein gesagt. Zieh mir Handschellen an oder dann schmeißt du ihn die Treppe runter, dann fliegst du mit runter. Ich meinte letztens, kannst du mich nicht bitte für die Treppe runterschmeißen. Ich schmeiß dich auf der Arbeit, die Treppe runter. Ich glaube echt, die würden sogar denken, ich hab das mit Absicht gemacht. Ich bin auch voll über meinen eigenen Füßen, deswegen... Das war mein Fucker. Dann liegt er wie eine Uhre da am Boden. Also, ich blende den Wichsen und der kann trotzdem mich erschießen. Ach, der liegt da auf dem Boden. Ja. Ach man, ach man, ach man, ach man. Ich hab so schöne Schimpfwörter, die ich gerade sagen will. Ich hab die beiden Camper bei ihm auch. Ne, da liegt er da. Im Tunnel liegt einer. Sieh bitte auf zu schießen, junger Mann. Ah, da kämmt der, da kämmt der. Hauptsache meine Musik ist gut. Oh, dann liegt er auf der Treppe wieder. Ah, nein. Ah, nein. Ah, nein. Ich amüsier mich wunderbar. Beppo, nimm ihn. Weg. Deswegen gehen wir in diesen Huren sollen. Ja, zwei Stück. Ich hab den, der dich genommen hat. Sehr schön. Ich bleib jetzt hier liegen. Ehh. Warum geht meine Waffe so übelst nach oben? Ähm. Ich glaub ich muss sie verstärken. Ich glaub ich muss sie verstärken. Ich hab dich gesehen. Hm. Hm. Hast du das gesehen? Da liegt jemand in der Mitte. Wo hat das Schwein sich jetzt hingelegt? Ben? Oh, nein. Oh nein. Dieser nö ist missy, ne? Geht mir richtig auf den Sack, ey. Ich, ich könnte so kotzen, ne? Ich hab gar keinen Bock mehr. Ist ja richtig gut unterwegs, ne? Und jetzt, jetzt, jetzt so ne Scheiße. Wie wusste er es? Was? War mir jetzt egal. Ah! Ich hab nur den. Halt's op, ey. Guck dir das an. Ich würde die treffen, wenn meine Waffe nicht so... Scheiße. Digga, da steht er immer... Boah, ey, ich hoffe, du stirbst an Aids zu Huren. Ich hab auch was erschossen. Ich kann nicht mehr. Na, ich sehe dich, der schießt mich jetzt im Händen, ne? Dann mach ich nur einen Assist auf der Distanz. Ich stelle mich jetzt auch wie, wie so Penner her. Ah, da liegt der, der... Mit Raketenwerfer genau. Bis... Bis... Bis zur Beste, a little. Bis zur 3. Bis zur 3. Bis zur 3. Am 5. Bis zur 4. Beide! Bis zur 3. Am 5. Imjahrt, wir sind nie zurück. Am 6. was schon haben die bitte ich stehe in der ecke weil die hier vorbeikommen ich kämpfe ab ich bin so richtig eklig richtig geiler stimme ja ich stehe auf der stelle wo ich auch vorhin genommen wurde habe ich den jetzt ich weiß nicht der general hat mich getötet ja mich auch wo ich doch tschuldigung so war keine absicht du penner ich bin erster weil ich muss das bei meiner waffe ändern weil ich komme ich nicht klar die sprache nikotin erst mal feierabend die couch schon drei stunden herrn ich komme auch gleich wieder kann mir irgendjemand helfen mit der waffe ich check das gerade nicht ich meine waffe schießt immer so weißt du so zurück das war scheiße erklärt ja so wie eine rücke ja rückschlosskontrolle aber welche welchen mache ich da drauf das ist doch nämlich die vorurteile auf dann muss man schauen ob es horizontal ist ob es vertikal ist horizontal ist hoch und runter das ist gut das ist gut na ich wollte es auch hatten Ja, das ist das auch, meine Ahnung. Woll ich noch was ändern? Ist aber dann scheiße, ob du dann auch, wenn du zum Beispiel aus der Hüfte schießen musst. Aber ich muss... Drück mal 3 gedrückt. Und probier mal. Ja. Ist schon besser. Du musst aber immer dagegen denken, das ist immer so. Ah, ich krieg das schon irgendwie hin. Aber sowieso, wenn ich nachher... Und mach mehr Schluss, dann würde ich da noch... Ah ja, ich muss aus der Hüfte machen, scheiße. Dabei hast du noch nicht freigeschalten. Erst auf der Ebene 11. Ja, 11, 10, 25, okay. Was soll ich machen, hast du gesagt? Memonition, also Magazin, wo weiß ich. Ich hab nur das. Ja, okay. Die müssen auch freigeschaltet werden. Ja, jetzt chill ich hier alleine. Oh, der, der. Ja, da. Was soll ich? Ja. Ja, okay. Ich wünsche lieber, ich wünsche lieber Fortnite. Tinara hat Geburtstag heute, ich habe ihr schon gewünscht und alles. Ich wünsche dir, ich wünsche dir, deriği Sei, ich wünsche dir, Herr, ich wünsche dir, ich wünsche dir, mein Grüßaden vai Yours, erste Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, jetzt zu dritt. Ja, ich kann mir das mal überlegen, ob ich mir jetzt noch was bestellen soll oder nicht. Was wie du willst. So viel habe ich auch wieder nicht. Könntest du eine Kämmer machen, das wäre schon gut anfangen. Ja. 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 Ich finde das einfach übertrieben, dass wir so viel für eine Play 7 bezahlen. Und dann müssen wir noch jedes Mal 80 Euro für ein Spiel rausballern. Ja. Aber ich finde das einfach nur schlimm. Mal guckst du es als Quats. Hier. Ich finde es einfach nur schlimm. Ja. 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 Das ist ja leider nicht kein Online-Spiel. Das ist eigentlich nur eine Kampagne. Ja, aber trotzdem ist es bestimmt mehr geil, den findest du nicht? Weiß ich nicht. Das wird genauso wie Horizon. Ich hab Horizon nicht gespielt. Man kann eigentlich auch online spielen. Ich glaub, man kann zusammen die Kampagne spielen oder so. Habe ich nie gespielt. Ich glaub, Horizon war bei meiner Playstation dabei, aber ich hab das nie gespielt. Ich hab das Spiel gespielt, auch der 3er damals. War schon, war schon gut. Die Leute haben gesagt, es wäre ein richtig cooles Spiel, aber ich... Das Spiel hier musst du spielen, Bibi, wenn es rauskommt. Lutho. Das ist ein Horrorgame. Das ist ein Horrorgame, ja, ja. Ich weiß nicht, wann das rauskommt. Und mir bist du gar nicht angezeigt. Das ist nur eine Demo. Kannst du eingehen, weil mir kommst du nicht raus. Nicht? Das ist eh nur eine Demo. Das ist eh nur eine Demo. Ja, doch. Soll ich Mafia 2 spielen? Der erste Teil ist der Schlimmste. Ich hab das Spiel nur mir gespielt. Das ist genau so wie ich hier. Ja. Ja. Okay. Okay. Jetzt sitzen wir hier zu sitzen. Ich hab das Ding in. Das hat das- Das war's für heute. 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 Mit Kind. Ich wuß das kind. Was wir können. Was bist du mit dem Ding da? Bibi, ja, dass keine Waffe in der Hand hat? Er macht das mit ein Messer. Okay. Ben B이면 auch entscheiden. Die B montre im Mitbeав der Hand hat. Bepo hat eine Waffe. Ich hab die striker. Ich hab ne Pumpe. Ich hab die Striker. Kim sagt euch alle hallo. Hallo Kim, mein Lieblingsspeckmull. Wir sind ein bisschen konzentriert Kim, wir haben das noch nie gespielt. Nicht böse gemeint. Können wir das schaffen? Ah Phil ist drin. Phil! Phil! Hilf uns mal bitte, Phil! Mach egal, ich weiß doch. Ich bin bereit. Seid ihr alle bereit? Jo. Ich bin bereit, jederzeit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Uns geht's super, Kim. Super. Sonntagabends, morgen geht die Scheiße wieder los. Ich bin bereit. Da wollte einer noch joinen sein. Nein, man darf nur... Hä? Ich glaube, wir sind nicht alle im Spiel. Das freut mich nicht. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Uxistan! Ist das in der Ukraine? Pakistan! Uxistan! Wir müssen uns jetzt konzentrieren, lieber Chat, okay? Ich habe Angst vor Zombies. Ihr müsst aufpassen vor dem Hund. Da ist ein Zombie-Hund, Mann. Der rennt so schnell. Das ist Hockey. Von dem laufe ich immer weg. Ein schwarzer Hund. Wir sind alle drin, ne? Okay, cool. Hey, so sehe ich meine Kundschaft da. Ich will da nicht drunter. Vergiss es. Ich habe den Fehler gemacht und sofort in die Stadt gelaufen. Das darf ich nicht machen. Nichts kommt rein. Nichts geht raus. Aber in die Stadt. Wir töten uns. Okay. Wir gucken jetzt die Mission. Ich schließe auch noch. Boah, der läuft schon. Ja, wenn er kaputt ist, ist es mir egal. Also wir müssen einen Auftrag abschließen. Einen markieren. Einen abschließen. Und dann mit dem Dingens raus. Weil Panda ist schon Dingens. Das ist das, was ich gemeint habe. Die kommen jetzt aus allen Löschern. Hunde. Ich lade nach. Ja, das ist nicht gut. Wir haben noch keine Munition mehr. Irgendwann. Nur, dass du Bescheid bist. Ja, die sehen aus wie meine Kundschaft. Ja, das hier war dumm. Hier ein Verein zu rennen. Das geht. Boah. Boah. Ich suche gerade einen Auftrag, deswegen. Ich stelle mich kurz dahinten. Das ist gut auch, bitte. Ich stelle mich kurz dahinten. Das ist gut auch, bitte. Das ist auch gar nicht zu töten. Das braucht man mal, ob ich es oder das? Ja, ich schliebe auf deinem Schatz. Ja, ich schliebe auf deinem Schatz. Aber ich finde keinen Auftrag. Ich würde euch gerettken. Danke, Will. Was ist das? Wir können hier. Ich glaube, hier ist ein A1. Wir können hier hin. Da? Ja, das ist ein Auftrag. Ah, nee. Go, go, go. Gehen wir da hin? Ja, sind wir beieinander? Ja. Baby, pass auf, bitte. Ja, Ponser. Ponser läuft alleine. Der regelt das. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Hat man Fall Damage? Äh, ich, ich weiß nicht. Passt wirklich auf mit diesem Scheiß Hund. Beppo, du bist mir zu weit weg. Ich komme. Ich brauche meine Schäfchen hier bei mir. Ach, ich nehme hier noch her. Oh, das ist ja schon mit. Ich komme. Oho. Volle Panzerung. Volle Panzerung. In jedem Spiel. Da ist ein Portal. Da ist ein Wurf. Oh, mein Gott. Wo war das Ding, Mann? War es markiert? Ja, das war die zu lange gebraucht. Ja? Wir fliegen? Ja, ich bin drauf, ich bin drauf. Markiere auf. Ja. Hier kommen wir hin. Es ist ja bei mir. Es ist ja bei mir. Es ist ja bei mir. Hallo. Hab, hab. Oh Gott, wir sind hier alle. Drei Stück. Ja. Wir müssen alle da hin. Dahin. Dahin. Ja. Seht ihr diese drei Raketen? Ja. Ja, ich glaube, die müssen wir geschützen. Wir machen mal die Panzerplatten lang. Ich glaube, ich habe keine. Ich habe keine. Ich habe keine. Ich habe keine. Ah doch, warte. Mann, das war mein ganzes Spiel verstellt ist. Oh Mann, die schießen zurück. Die Zombies. Nein, das sind normale Soldaten. Oh Gott, ich sterbe. Mann, äh, das lang wird mich jetzt schon, Alter. Ich schwör, das macht mich richtig sauer. Das ist klar genug. Übertrag den Abschaltcode. Ich dachte, wir laufen alle zusammen. Ja, das kannst du vergessen. Wenn wir alle liegen, bringt es nichts. Kein Sinn, Alter. Macht Spaß. Ja. Sind alle draufgegangen? Jo. Das hat keinen Sinn. Was hat keinen Sinn? Unsere Waffen haben auch noch verloren. Oh, sehr schön. Daamos. Haben wir mal, dass was zu sitzen. Wir kommen laut. Nein, ich höre es nicht. Tuck, dass wir fest. Tuck mal sind. Tuck malelin지는あります. Tuck den 선. Okay. So, wollt ihr nochmal versuchen, oder nicht? Jo. Hey, jetzt gehst du ohne Waffe ins Spiel, ne? Ne, schon danach. Ja. Salva. Oh. Willst du es noch mal versuchen, oder nicht? Ja, doch, komm. Dann bitte seid konzentriert. Wie konzentriert? Wo waren wir denn jetzt nicht konzentriert? Ich dachte, wir laufen alle auf einen Punkt. Wir waren, Bippo und ich waren auf einem Punkt. Du warst auf einem anderen Punkt. Ich habe den ersten Weg genommen. Ja, aber du kannst jetzt nicht sagen, wir haben uns nicht konzentriert, wenn du einen anderen Punkt läufst, wie wir. Es tut mir leid. Warte, bitte. Mach bereit, alle, bitte. Ich bin bereit. Ich finde, man findet zwar schnell neue Waffen noch, weil in den ersten Lagern hast du direkt neue Waffen auch gefunden. Ich finde es interessant, er ist definitiv besser als der letzte Zombie. Na ja. Ich bin bereit. Ich bin bereit, wie wir den Zombie-Modus mit den Lungen die geil haben. Ja, das Problem mit den alten Zombies ist, es war sehr monoton. Oh, meine Kerze ist ausgegangen. Nein! Ja, sie ist tot. Ja, sie ist tot. Streckt euch da unten an. Die ESZ dämmt sich nicht von selbst ein. Ah, wir spawnen auch immer woanders. Also Auftrag suchen. Wir können hier nochmal, das ist der gleiche Auftrag. Ja, das ist ein anderer, vielleicht ist der einfacher, keine Ahnung. Der hier. Dann bewegen wir uns da hinten. Ich weiß nicht, ob das einer ist. Doch, alles was blau ist, sind die Aufträge. Ich sehe schon, er wird jetzt gleich wieder sterben. Ja, wir gehen in ein Hospital. Also, bevor, äh, die Zahl war, du durchrennst, würde ich looten. Nur ganz nebenbei. Können wir uns eigentlich den Loot auch gegenseitig fallen lassen? Ich glaube nicht, aber du kannst alles mitnehmen. Bebber, wir können besuchen hinten. Kannst aber alles mitnehmen. Ich wette, die sitzen auf einem netten Haufen ausrüstung. Alter, ich weiß nicht, wo man hier rauskommt. Wo kommt man hier raus? Bebber, ich hab mich da raus. Komm, wir gehen hier mal. Hier. Ich hoffe nicht, dass wir nicht in eine Horte von Gegner reinlaufen. Wo ist er schon wieder hin? Am anderen Ende. Oh, Mann. Wollten wir nicht zusammenbleiben? Ich lade nach. Bitte schön. Oh. Danke für den Look, Matt. Beppo? Ich bin hinter dir. Bleiben wir wenigstens zusammen. Ist das ein Hindu? Der Kapuch. Obwohl, eine Pumpe wäre besser wie eine Pistole. Wow. What? Steht so eine heistische Fresse hinter mir. Ich sterbe. Ich komme wieder hin. Hier durch. Ich hab wieder in den Lippen genommen. Wo ist die Mission? Hier drin? Hilfe, ich hab Scheiße gemacht. Nee, sehr gut. Ah, hier ist die Mission. Hallo. Hier. Ich glaube, du musst das Auto nehmen. Wissen wir das Auto nehmen. Ich war da. Nein, da will ich nicht hin. Da will ich nicht hin. Gebt dir Röckendeckung. Beppo, bist du drin? Ja. Ja, ich komme hier nicht rauf. Äh, warte, warte. Ich bin oben. Wie kommt man raus? Äh, du musst die oben machen. Ja, 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 ich komm. Ich denke. Ist auf? Ja. Ich bin an dem Minigern. Ich putze. Wo musst du das jetzt aufmachen? Kann man einmal sagen. Äh, gut. Lieferung. Lieferung. Äh, da hinten, wo, was ich markiere. Ist es das? Ja. Okay, und da müssen, und wir müssen danach, door Exfiltration. Ja. Wir haben die markiert. Habe ich wirklich unendlich Muni hier oben? Nein. Terminus Heli im Anflug. Auch nicht, glaube ich. Äh, Terminus Heli. Nein! Oh mein Gott, der ist ultra stark. Wir müssen den Heli runterkriegen, ohne zu sterben. Wo ist der Heli? Ich versuch's. Wo ist der? Wow. Hinter euch. Ich schieße auf ihn. Vielleicht konzentriert er sich auf mich dann. Ich sehe ihn nicht mal. Ah, da. Tag auf. Okay. Okay, und jetzt, jetzt müsst ihr hier hin. Da hin. Na ja, warum denn? Bringt doch nichts, wenn wir eine Mission gleich abhauen. Das ist aber die Mission, das gehört zur Mission. Liest ihr die Mission durch? Äh, ihr könnt, wie ist mein Spiel hängen geblieben bei euch? Ja. Hallo? Hallo? Pass doch auf! Pass doch auf! Okay. Bei mir geht noch alles. Bei mir steht hier einfach... ...starre in der Gegend. Dann kann ich hier noch mehr Remissionen und ne. Wo ist ein Bad Boy jetzt? Nicht, dass der jetzt stirbt, ne? Ne, ich bin... Ich lebe noch. Und schön. Das ist ein Belohnungsfest. Im Einsatzgebiet soll es eine wahre Fundgrube an Ermittler vernehmen. Ich bin bei dir, Kim. Als ob man einem Kindsüßigkeiten wegnimmt. Ach, haha. Äh, ich gucke hier gerade so hin und her, was man alles mitnehmen kann. Ich halte diesen Punkt da im Auge. Der Boris Kant, da rein zu laufen. Mach lieber alle Türen auf. Da ist... Boop, 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 boop! Bei dir? Sie spawnen alle jetzt. Und mehrere untote Feinde, die sich nähern. Wechsel das Magazin! Wir müssen runter. Wenn wir oben bleiben, gehen die alle auf Salvaro los. Und? Ja! Die machen damage. Sind sie weg? Ja. Oh Gott. Lade nach! Hellenhunde! Noch einer, noch einer! Wo? Ah! Wechsel das Magazin! Hinter dir! Das waren zwei Stück. Ich finde, es ist so absolut toll, wie die Gehirn zerplatzen. Wir sind zwei ausgeladen. Hier ist noch eine beste. Ich glaube, sie habe euch markiert. Jo. Diesen Hund da permanent in der Pelle! Ja! Und? Das ist doch auch! Ist er weg? Und? Ja! Wie fühlen Sie sich? Ich kann Ihr Gesicht nicht sehen. Ich hoffe, die Limo schmeckte nicht nur nach Foto. Wo ist das? Sie ist weg! Das Magazin! Der Geschmack hält die Wirkung, bis Sie ausbluten. Wenn Sie zu Boden gehen, suchen Sie schnell Hilfe. Okay, die Mission hat dann wieder, ne? Was nun? Die nächste Mission. verlaufe mich hier ständig der boy kommt welcher weil du bist da ich muss hier den ausgang suchen hier komm 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 richtung salvo ist nicht das akzeptiert dr. barrera hat den kontakt zu einem trug verloren der ethersporen beseitigen sollte oh da spohnt was bei mir ich weiß nicht ich habe übelste paketverluste oh mein gott alles gut alles gut hier ich laufe von alleine durch die jäger danke dir ok ich bin rausgeflogen echt du läufst aber immer noch du gehst nach hinten an die wand was soll die scheiße ich weiß ja echt nicht warum du jetzt rausgeflogen bist ne ja ich bin wieder im menü was ist das für unseren setze hämmer ein was bb hinter dir ja aber wir müssen ja diese sprung kaputt machen meine ich habe eine kaputt gemacht scheiße ich mache sie kaputt noch eine ja ich habe es verstanden Ich hab keine Platte mehr. Ich versuch grad nicht zu sterben, die sind alle Seiten bei mir. Ich hab keine Platte mehr. Ich hab keine Platte mehr. Noch eine, ne? Hab. Ach schon. Oh, ey. Ja, ich wusste es! Ihr Hurensöhne. Ich hab keinen Steampack, oder? Danke, Baby. Danke. 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 Du willst, mir ist egal. Wir können auch weitermachen, wenn wir das hinkriegen. Ja, aber Beppo ist nicht da. Das ist scheiße. Okay. Ich komm. Das ist gleich hier. Sonst kommen Zombies. Pass auf. Hast du einen Platten? Nein. Aber ist das gut? Ja. Ich hab ja auch keine Platten, ne? Das juckt mich. Ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Oh. Ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Doch. Wo geht es wieder? Ich finde noch immer komischerweise bei der Spieler sich ein 70 ms ping. Was komisch ist. Ich habe hier. Heute die Post. Nein. Okay. Okay. Das ist der zweite Punkt. Ich habe den Schottflieger. Öffne 25 Polte Depot. Ich habe den Schottflieger. Ich habe den Schottflieger. Ich habe den Schottflieger. Ich habe den Schottflieger. Messerflüge. Ich habe Hörgelador. Danke. Wir haben uns zu retten gesehen. Okay. 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 Hier spricht SSO Green. Starten Sie Eindämmungsaktivitäten. Wo sind das denn diese Depots? Ich weiß es halt nicht. Keine Ahnung. Guck mal da auf der Map, ob es irgendwas gibt, was Depot heißt, aber ne. Na, na, na. Versuch mal eine dieser Kisten aufzumachen und dann guckt ihr, ob es das ist. Kisten vor, Auswege, Peckelpanz, ne. Ne, ne. Ne, ne. Oh my god. Oh oh. Entschuldigung. Hier sind so viele Zombies. Ah, nein, nein. Ich komme nicht mehr raus. Ich komme. Ich, ich laufe, ich laufe. Die haben mich eingekesselt. Ich, ich komm zu euch. Die haben mich eiskalt eingekesselt. Bei mir ist schon ein Rätsel. Keine Ahnung, was das ist. Warte, wir werden hier gerade, ähm, kaputt gemacht. Oh mein Gott. So, kaputt. Danke, Peckelpanz, ich wäre jetzt gestorben. Beim nächsten Rätsel. Weiß es einer von euch? Ne. Okay. So. Nicht hier oben. Für das Rätsel jetzt lösen. Wir versuchen gerade zu überleben. Salva. Ich glaube, das hier ist so eine Depotkiste. Okay, Einsatzteam. Wir nähern uns der ACV-Abbuchzone. Gute Ja. Einsatzteam. Eskortiert den ACV. Werden wir das Gebiet von Vortexen befreit. Oh Gott. Die Schwitte. Ich werde nach. Schwitte, die auch? Äh, okay. Okay. Ich werde nach. Äh. Äh. Wo ist denn dieses Rätsel, Bibi? Das war hier oben. Komm, wie kommen wir da hoch? Warte. Wo war alles, Mann? Ich bin nicht Waffe gefahren. Aber genau da, wo die Waffe war. Hier, Warte. Warte. Hier. Für mich. Warte. Und hier. Ander dran. Ich habe keinen Plan. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Kein Plan. Moment, wenn ich hier die Zeugel schaue. das leuchtet jetzt hell ich halte die zombies auf wir müssen uns glaube ich vorgemerken passiert was und total arbeiten wir draußen was habt ihr gemacht wir haben noch eines geschossen ich glaube du musst zu zweit raus schießen dass die die gleichzeitig irgendwie leuchten wir brauchen geld aber dann wissen wir jetzt was wir machen wir haben nicht genug geld wir müssen tausend haben gucken fast nix rechts kommen die zombies alle von mir startsequenz abgeschlafen aktiviert wir müssen jetzt ein fahrzeug schließen wir können schon drauf steigen um bei zwei ja nein nein das fahrzeug darf kein schaden erleiden wachsam bleiben das ist ein magasin natürlich feier laufen das magasin hey ihr müsst das auto schützen oh mein gott ich will sowas von sterben was ist mit dir passiert ich sprenne das magazin ich denke sie alle auf mich wenn sie nicht ganz aus werde gehen aufs auto da ist ein mangler ich gehe drauf ich gehe auf ich gehe auf ich gehe auf ich gehe drauf kommt er kommt er ja nimmst du euch die weste hier hier ist ein handwerungsbeutel wer nimmt dir die weste wo weste ja hier in der belohnung ich habe genommen du hast immer noch die musst du ausrüsten hier ah depot ich glaube das müsste das hier sein hier depots ich glaube hier bei diesem schloss ist wenn ich mich jetzt nicht irre sollten aber fest wir haben keine schlüsselkarte haben wir eine schlüsselkarte denn dann noch Das ist eine Panzerabteilung. Gibt es hier noch einen an ihr? Immer hier, oder? Ich gucke gerade, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt, da rein, ne. Oh, hier gibt es Munition aus Haus, passend Luft. Hey, hier ist Munition. Wechsel das Magazin! Oh, nee. Passt doch auf! Okay, gehen wir zu dem... Gehen wir zum Buster. Munition. Alle nachladen. Hab ich. Okay, gehen wir zum Buster. Hey! Passt nicht auf! Das ist ein Buster. Kann sie vermutlich schon linken. Hinter dir! Lade nach! Der Mangler. Hey! Das geht... Das wird's full! Okay. Auf! Und was? Ja, da ist der Boss. Wechsel das Magazin! Passt doch auf! Geschütz eingesetzt! Ja, das ist mir zu gefährlich. Ab den! Oh! 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 oh mein gott ich habe nichts bruder nein 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 ich bin süß und knügelig das ist recht hoch ich lade nach nein das ist gut hinter mir haben wir jetzt scheiße man ich versteck hier ist gar nicht gut wir müssen diese dinge da kaputt machen diese blasen diese gelben dinge damit das nicht die was die oben meinst du wechselt das magazin diese sporen keine ahnung die gelben dinge da ist da drinnen stirbt nicht weil ich eine maske habe meine maske läuft jetzt gerade ob ich ja nicht rein oder masken tja ffp2 maske immer dabei oh mein gott der hat sich herunter gesteckt volle panzerung auch eine neue maske aber wo finde ich eine neue zum wies lassen auch keine fallen gehen beppo hinterher mögen mich wechsel das magazin dann wollen wir den nächsten oder und weil wir haben noch 28 minuten zeit und zu extrahieren weil ansonsten hätte ich mich schon nicht wie wir gemacht haben scheiße und das ist die nächste mission hier denn hier und dann waffenverstecküberfall oder verteidige die bodenstation ja dann machen wir das und danach würde ich sagen extrahieren oder ja komme ich hier runter ohne zu sterben ja sprang einer danach in Katrin fällt und könnte vollstehen auch danke beppo boah wechsel das magazin ziele überprüfen rechts sind so sind sie bereit? oh Gott Ohohohohoh, ein Dicker hinter uns.. Dann hunderte ich zum Auto, Babbar Ja Ich hab den Dicker getötet Kommt mir hinterher und geh' vom Auto weg. Dicker! 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 Sie zerstören! Wir müssen zum Auto. Hier ist ein Dicker. Der ist in Richtung Auto unterwegs. Das Holz kommt. Komm. Hüllenhunde. Der Bumpe macht ganz, ganz schlau. Geh' mal. Mach's zum. Mach's zum F***. Mach's zum F***. Mach's zum F***. Mach's zum F***. Oh mein Gawd. Ja, ja. Ich bin echt gut. Ich hab' verstanden. wie hoch können die zombie springen bitte na ja 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 ich lade nach ich hab's verstanden das magazine nein macht seine panzerplatten und die kdk hinter mir hier steht er bei mir der große ja bruder wir werden kollegen war nein gelohnungen Oh, Junge. So. Ja, was muss? Entweder haken wir schon die Sachen raus. Oder wir können noch was machen. Hier, oder? Wie machen wir denn? Was ist das? Wir machen das, oder? Ja, das ist ein Waffenfeststück. Da werden Gegner sein. Nicht nur Zombies, sondern richtige Gegner. Ja. Haben wir überhaupt die Hauptmission gemacht, oder nicht? Ja, 25 Depots müssen wir... keine Ahnung. Ja, das sind diese Kisten. Die heißen immer Depots. Welche Küsten? Ja, ja, die überall stehen. Wo du die Platten oft rausnimmst. Das sind für mich Depots. Weil die heißen auch Beutedepots. Keine Ahnung. Wechsel das Magazin. Oh nein, es ist hier drin. Oh nein, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Oh. Oh. Okay. Nun müssen wir das machen. Na, was müssen wir machen? Ich bin unterwegs. Toll, jetzt wird's hübsch. Ja, Bruder, äh, nee. Na! Na, wir müssen nicht so scheiße, glaube ich, glaube ich, oder nicht? Höllenhunde! Scheiße! Hey, mach so den Plan von Blocken lang! Bronkel! Ziele überprüfen! Zwei Stück lang! Fick dich doch! Ich hasse diese Höllenhunde! Ich bin ein Hund, 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 Hund! Ich bin ein 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 Hund! Ach! Ja, ich bin ein Hund! Ich bin ein Hund! kriegen wir noch was hin ich muss die zombies überfahren das kriegen wir wo ist dein extrahierungspunkt ja aber ich will nicht am ende der märz sollen wir die das bippo verloren ja 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 Ja, ich bin in. Ich habe die Kippe verloren. Ich lade nach. Wie komme ich da hin? Auf der linken Seite ist es, ne? Ja. Hör im Mund. Dicker. Dann ruft einer den. Ich glaube, im Fahrzeug. Oh Gott. Die Dönheimen wissen wir jetzt. Die hier sind schwerer zu töten, ne? Das sind Zombies Stufe 2. Die Dönheimen. Oh, ich bin runtergefallen. Boah, Zerler finde ich schnell. Die halten. Die halten übelst viel aus. Du hast ein Buster, noch mal. Oh mein Gott, ich schaffe das nicht. Ich sterbe. Ich habe keine Platten mehr. Das war dumm. Oh mein Gott, auf wen rennen die da? Auf mich. Hier ist ein Legendärer oder was? Nein, ich gepanzerte Zombie. Nein, ich bin tot. Ich steige jetzt ab. Ich brauche freies Helm. Ich brauche ja beide Stück mehr. Ah, ich bleib hier liegen. Ah, komm ich rein. Ich rutsche ins... Geht das? Komm, kann ich da reinrutschen? Ich hab dich. Hippo, da kommen zu viele. Wow. Geht nicht. Überlebt das nicht. Ich hab dich. Wechsel das Magazin. Ich will keinen Kuchen an mich. Ich will keinen Kuchen an mich. Ich will keinen Kuchen an mich. Kärfe. Ja, ach so. Ich probiere ja hier rum. Nein, ich komm nicht. Ich stehe aber gleich schon. Zwei Sekunden. Ich hab dich. Danke. Ich ziehe mich sofort. Wo bist du? Ich hab die ganze Order bei mir. Nein. Warum ist das Flugzeug jetzt weg? Ja, weil wir die Zeit nicht geschafft haben. Wir müssen den nochmal rufen. Oh mein Gott. So, bei mir steht Evakuierung. Ja, da müssen wir einen anderen Aktivierungspunkt hin. Ich hab keine Munition mehr. Sehr witzig. Nein, du bist alleine, Bibi. Wie? Ihr seid ohne mich geflohen, die Antis. Nein. 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 Ich war tot. Ihr seid Arschlöcher. Ist mir scheißegal. Gar nicht wahr. Ihr habt mich hier zurückgelassen. Ich hab keine Munition. Ich hab gar nichts gemacht. Evaku hat mich geheilt und ich hab mich im Stilzoll gerettet. Ja, super. Ich hab mich nur ins Flugzeug gerettet. Geh zurück in die Zone, wo die Zombies nicht so stark sind. Ich wusste nicht, dass das wegfliegt. Ich hab mich nur reingerettet, damit ich nicht sterbe. Ich war tot. Ich war ein Prozent vom Tod. Ja, super. Ich hab keine Munition, nix. Ich hab eine Scheißhorde hinter mir. Richtig behindert. Warte, können wir dir noch helfen. Ja, ne. Können wir noch. Wo bist du da? Du musst aus der gelben Sohne raus. Ja, stimmt. Wir können ja noch auf die Karte zurückgehen. Ja, da sind andere Spieler. Vielleicht kannst du, kann die dir. Ich hab nicht mal Munition. Ich hab nix. Ja, wir suchen dir. Geh raus, ist der Zone. Du bist da richtig. Er braucht einen anderen Evakuierungspunkt. Gibt es noch einen? Ah, doch hier. Die Intensione. Da. Ich brauch Munition. Ja, da hast du einen. Und da sind andere Spiele. Die Spieler haben gerade einen gerufen. Lauf da hin. Ich glaub nämlich, die haben einen gerufen. Warte, ich muss mal schauen. Wir können's ihm nicht pingen. Ne. Das kriegt das... Wenn du läufst, kriegst du es hin. Weil die haben einen, den gerade gerufen. Warte, da liegt Munition... Da ist ein Munitionslager, wo du gerade warst. Ich muss hier hin. Steht's da. Und dann musst du... Weil die hier versuchen, gerade sich selber zu exfiltratieren. Die exfiltratieren. Werder auch. Ich hör'n Heli. Heli landet da hinten. Das sind die anderen Spieler. Ja, genau, rennen da einfach rein ins Flugzeug jetzt. Schnell, 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 rette dich. Guck, das sind andere Spieler. Du kommst noch raus, guck. Yeah. Die kleinen Antis hat mich alleine gelassen, Alter. Stimmt nicht. Ich wusste... Du sagst, sie hat mich alle alleine gelassen. Ich wusste nicht, ich wusste nicht, ich wusste nicht, ich wusste nicht, ich wusste nicht. Ich wusste nicht, ich wusste nicht, das funktioniert. Ich hab Kevin müssen retten. Das ist verdammt gefährlich. Bifo hat mich gerettet und du hast mich krepieren gelassen. Also. Also. Der andere Spieler hat das alleine gemacht. Der Typ war alleine. Maschine. Maschine. warte was habe ich hier alles gemacht muss noch fünf zombies überfahren ein fahrzeug reparieren ich musste ein fahrzeug schreifen oder mein knie ich muss noch sechs mich jeder kannst du lachen ich wusste echt nicht also ich bin die die am allerwenigsten spiel aber ich möchte jetzt mal was gucken wo kann man das sehen man wegen den tarnungen und so wo kann man das nachsehen muss ich jetzt extra ein ding rein gehen oder was ich musste kurz verlassen muss das spiel kurz verlassen umdrech wir schauen ob ich hier da freigeschalten habe richtige feinehunde das ist verdammt traurig man das war ja nicht mein abseh du hast das chill für die gruppe getan du hast dich geopfert du hast dich geopfert für die gruppe cyber das war der fehl des tages man ich wusste nicht mal dass das geht okay ich mache meinen stream jetzt auch aus leute ich gebe euch weiter zu max auf jeden fall danke dass ihr da wart ich wünsche euch viel spaß bei max gebt ihm einen dicken kuss von mir tschau tschau ja 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 Vielen Dank.